Hallo Freunde und Willkommen. In diesem Video will ich euch nur ganz kurz und knapp zeigen, wie wir diese Markierung hier mit der dicke Umrandung, die bei manch einer hin und wieder um den fokussierten Elementen hier erscheint, einfach so wie durch Zauberei. Ja, überall haben wir eben dann diese Markierung mit dem dicken Rand. Ja, wie wir das deaktivieren bzw. was es damit auf sich hat und wie wir das auch verhindern können, dass es ja nicht mehr aktiviert wird, versehentlich oder auch absichtlich. Genau, das ist jetzt nichts anderes als der Narrator Tool hier, der Leser oder Vorleser sozusagen. Ja, das ist ein Tool, das zu der erleichterte Bedienung hier gehört. Ja, unter Windows Einstellungen erleichterte Bedienung und hier genau die Sprachausgabe. Ja, das ist jetzt einfach, wenn die Sprachausgabe eingeschaltet ist oder wird, dann erscheint auch die Markierung um die Elemente. Ja, zack, ich schalte das wieder ein und schon ist die Markierung mit der Umrandung überall wieder da. Genau, wie das jetzt kommt, dass das versehentlich aktiviert wird hin und wieder, ist auch ganz einfach und zwar da gibt es zwei Tastenkombinationen. Einmal die Steuerung Windows und Enter. Wenn wir diese Tastenkombination drücken, dann wird die Sprachausgabe hier aktiviert. Ja, ich mache das jetzt mal aus und drücke mal Steuerung Windows Enter und wir sehen, die Sprachausgabe ist hier aktiviert und schon ist die Markierung da. Oder aber die Windows-Taste und die Lauter-Taste, ja, beim Laptop oder PC. Wenn wir also versehentlich da herankommen und wir diese Tastenkombination drücken, dann wird das hier ja aktiviert. Hier die Sprachausgabe und die Markierung hier erscheint, um unser Hubale, wo wir hinklicken halt. Genau, die erste Lösung natürlich ist, wenn wir das jetzt aktiviert haben, dass wir hier nach dem Fenster suchen, ganz einfach, ja, in der Taskleiste und hier haben wir schon die Sprachausgabe und einfach beenden. Zack und schon ist das Problem gelöst. Oder aber auch mit der Tastenkombination, ja, Steuerung Windows Enter meinetwegen, dann wird das auch wieder ausgeschaltet. Wenn wir das aber komplett deaktivieren wollen, weil wir das ja nicht nutzen, ja, auch, also so, dass selbst wenn wir die Tastenkombination drücken oder versehentlich daran kommen, die Sprachausgabe nicht mehr aktiviert wird, dann können wir das auch machen. Und zwar gibt es hier in unserer Windows-Ordner, auf unserer Festplatte C, Windows und jetzt unter System 32, also wir müssen hier zu dem Ordner navigieren, ja, System 32. Und hier gibt es eine Datei, die sich NarratorExe nennt, ja, das ist das Tool halt und diese Datei einfach umbenennen und schon passiert nichts mehr, wenn wir da an die, also die Tastenkombination drücken. Hier müssen wir natürlich, genau, Administrator sein. Also wir müssen uns richtig, richtig als Admin anmelden, damit wir das hier den Namen ändern können und benennen. Oder aber wir können einfach, genau, wenn wir jetzt noch, also die NarratorExe markieren, rechte Maustaste Eigenschaften und hier auf Sicherheit, wir nehmen uns einfach die Rechte weg, dann passiert das auch nichts mehr, wenn wir die Tastenkombination drücken. Wir sehen hier, wo ist unser Benutzer hier, genau, die Berechtigung nehmen wir jetzt weg, aber dazu müssen wir natürlich den Besitzer erstmal ändern und zwar, indem wir hier auf Erweitert klicken und hier sehen wir, Besitzer ist momentan Trusted in Stroller. Ich kopiere mir das einfach mal. Hier einfach auf Ändern klicken, hier unsere User eingeben, zack, genau, ok. Übernehmen und schon sehen wir hier, dass wir jetzt Besitzer sind, diese Datei. Nochmal, ups, mit ok bestätigen und jetzt können wir uns einfach hier selbst die Berechtigung rausnehmen, hier für unsere Benutzer. Zack, Häckchen raus, übernehmen, dann kommt noch eine Warnung hier, ok. Ok, die ist jetzt wieder da, und wie. Achso, das ist jetzt schon raus, hier, ok. Das ist jetzt der Ministrator, ok. Und schon müsste das jetzt nicht mehr funktionieren. Selbst wenn wir jetzt hier über die Systemsteuerung hier einschalten, ich versuche mal mit der Tastenkombination, passiert gar nichts. Ja, selbst wenn wir jetzt hier einschalten, aktivieren, dann ist jetzt wieder deaktiviert. Ja, also wir haben jetzt keine Berechtigung mehr, die Sprachausgabe hier zu aktivieren. Dementsprechend, ja, passiert auch nichts mehr, wenn wir die Tastenkombination da versehentlich herankommen. Ich ändere jetzt mal wieder den Besitzer hier. Ich versuche das mal rückgängig zu machen. Trusted Installer kennt er nicht, ok. Dann System einfach machen würden. Zack, genau. Und schon ist wieder unser System, der Besitzer, der Datei hier. Zack, zack, zack. Und genau, das war es auch schon alles. Ja, wenn wir jetzt die Tastenkombination drücken, drücken, passiert nichts mehr. Oder aber wenn wir auch hier über die wichtige Sprachausgabe hier einaktivieren, einschalten, dann können wir das selbst das nicht mehr. Ja, genau, das war es auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen, über ein Like oder ein Abo. Freue ich mich natürlich auch sehr. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.